Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Avengers Endgame Video wieder zwischendurch und zwar geht es um eine Neuigkeit, dass ein weiterer MCU Charakter den Austritt aus dem Marvel Cinematic Universe verkündet hat und welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin das ist, verrate ich euch nach dem Intro, damit ihr noch genug Zeit habt wegzuschalten wegen Spoilerwarnung und ihr wisst Bescheid und naja so krasser Spoiler ist es nicht, aber ich wollte trotzdem mal wieder vorwarnen, ihr wisst Bescheid und damit starten wir rein. Und derjenige um den es geht ist eine sie und zwar die Schauspielerin von Pepper Potts, Gwyneth Paltrow, ich weiß echt nicht wie man den Namen ausspricht, Gwyneth Paltrow, Und sie hatte gesagt, dass sie erwartet nach Avengers Endgame die Rolle als Pepper Potts nicht mehr weiter zu spielen. Was das jetzt für das Marvel Cinematic Universe genau heißt, müssten wir mal kurz analysieren. Wenn wir ihren Worten Glauben schenken können, dann sagt sie ja, sie glaubt die Rolle nicht weiterspielen zu können, sie geht also von einem Abschied aus. Das heißt im Umkehrschluss, dass sie in Avengers Endgame ja eigentlich nicht gestorben ist, weil sonst könnte sie sie ja theoretisch weiterspielen. Und sie sagt ja, sie geht davon aus, dass sie sie nicht weiterspielen kann. Wenn die Rolle tot ist, dann weiß sie ja, sie kann sie nicht weiterspielen. Es sei denn, sie ist abgebrüht genug und kann in dem Interview halt sich nichts anmerken lassen, im Gegensatz zu Mark Ruffalo, der ja schon das ein oder andere Mal beim Interview verkackt hat. Und auch Tom Holland hat das Ganze ja auch schon mal verkackt. Also so wäre es zumindest schon mal so verpackt. Bröseln wir das Ganze aber jetzt mal auf. Wenn auch Pepper Potts keine Zukunft im Marvel Cinematic Universe hat, eben wie auch Robert Downey Jr.'s Iron Man und Tony Stark, dann können wir eigentlich im Umkehrschluss darauf schließen, dass entweder Tony Stark gestorben ist und die Rolle als Pepper Potts alleine zu uninteressant ist, beziehungsweise keine Zukunft aufweist oder dass die beiden tatsächlich überlebt haben, eine Familie gegründet haben, sich zurückgezogen haben und einfach nie wieder in den Superheldenanzug einsteigen werden. Das ist auch eine mögliche Theorie. Wenn ihr natürlich wieder weitere Theorien habt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, wie das Ende von Pepper Potts und Tony Stark jetzt wohl aussehen könnte. Das würde mich nämlich auch mal sehr interessieren, was ihr da für eine Meinung habt. Meine persönliche Meinung ist, dass die beiden tatsächlich überlebt haben, sie sich zur Ruhe setzen, auswandern und einfach nur dafür sorgen, dass sie ein ruhiges Leben haben mit einer Familie, heiraten, Kinder kriegen und so weiter und so weiter. Dazu gab es ja auch noch eine interessante Theorie vom Comicladen mit einer alternativen Zeitlinie. Ich weiß nicht, wer das Video von euch gesehen hat, aber wer es gesehen hat, der weiß bestimmt, auf was ich hinaus möchte. Und da geht es im Großen und Ganzen darum, dass die Avengers, die jetzt überlebt haben, in einem anderen Universum quasi weiterleben. Und dann würde man die ja auch auf der Leinwand nicht mehr sehen, weil die ja dann auch uninteressant werden würden und man sich auf den Neuen beziehen würde. Aber das ist jetzt nicht meine Theorie, sondern die hat der Comicladen, also der gute Marc, auf Reddit gefunden. Könnt ihr auch mal abchecken. So und jetzt aber nochmal eure Meinung. Gwyneth Paltrow als Pepper Potts, wie treten sie von der Leinwand ab und natürlich auch von Tony Stark? Was glaubt ihr, wie verabschieden sie sich aus dem Marvel Cinematic Universe? Mit einem Tod oder mit einer Familiengründung? Auf jeden Fall haben wir einen weiteren Charakter, der bestätigt hat, dass es keine Zugang mehr für ihn gibt. Langsam nimmt das Ganze Form an. Und dann bedanke ich mich für eure kurze Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann. Ciao.